Wir haben jemanden verloren. Muss man sich hier eintragen für die Asservatenkammerführung? Ja, hier vorne bitte. Ich mag diese Führung, am besten sind die Gipferways am Ende. Da warst du das nicht, der mir eben in den Kopf geschossen hat? Kleiner Assi. Ich spiel den Lockvogel. Das ist ja auch ein Trabi. Hier ist auch ein. Ja, Trabi, was ist denn jetzt? Ja, Latsch, die Plunder. Danke, nett von dir. Das ist ja unnütendlich. Ne, wie heißt der? Der nächste Mitarbeiter ist gleich für die bereit. Ich geh pumpen. Hallo, ich bin der auf dem Boden. Ich hab Rücken. Kommt noch mal jemand. Kommt noch jemand. Kommt noch jemand? Ich hätte gerne eine große Bombe. Ein Alp. Und noch einen Burger. Ketchup oder Mayo? Wir haben Tarif Bauschparvertrag 3. Der Traumreise. Bitte Mayo und Bauschpar Tarif 2. Aber nur gegen Vorkassel. Und das wäre dann mit Kartoffelwäsche. Kann man ihn an die Oma aus dem Ferrari holen? Oh, dear. Oh, dear. What? Crap. Ah! Nee, die Ständer mit der Linkwein mit dem Kettzeichen 84PUB491. Jetzt haben wir noch ein Großfamilier in Washington. Wiederhole Großfamilier in Washington. Okay, pass auf. Ich habe das MVC, das Griff ausgeteilt. Ich müsste gleich dunkel werden von den Autos. Ich finde, kann ich keinen Autos mehr fahren. Wir gehen jetzt mal runter mit dem Hegel kurz. Wir kommen jetzt mal hin, Leute. Das ist ja nicht mehr nahe. So, Smiley, du musst dich in deinem Auto genau so hinstellen, wie du eben den Unfall gebaut hattest. Also an die linke Seite. Da liegt der Leiche aufm Highway. Dit ist die Frau, die Oma von eben. Die liegt da noch. Das Auto steht da auch noch. Ich habe mal einer Polizeiwagen auf die Leiche schieben. Danke. Ja, das wäre echt gut. Komm schon mal bei der Polizeiwagen. Das ist wirklich nice. Mit Schmackes! Ja. 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 Okay, wir gehen mal auf. Ich kann doch den Helm auf. Wie kann das sein? Oh Gott. Vorsicht. Ich habe einen Ampel. Der wird mit einer Fernhinge gefahren. Ja. Wir sind jetzt verdaut. Ja. Das steht da ja. Gut und der Ausgleich bitte. Das war richtig schön synchron, aber das sieht total unrealistisch aus. Vielleicht nochmal alle ein, bitte. Und dann wollen wir jetzt nochmal einfüllen. Dann versuchen wir alle drei komplett gleich aussehen. Echt schön, echt schön. Wir fahren rein. Doch hier funktioniert. Ach, da war ich schon besetzt, dann habe ich nicht gesehen den Eierkorb. Entschuldigung. Ey, was heißt denn der Eierkorb, ey? So, dann, jetzt müssen wir auf den Rad oder Eichen aufsteigen. Voll. Viel Spaß mit den Helmen. Ja, der Dispatch passiert leider nur, weil die NPCs anziehen. Da war ich gerade ein Auto, ich glaube. Das passiert natürlich im Livestream. Ich habe versucht, hier die Straße freizuräumen, weil die hier gerade alle Mist bauen, die blöden NPCs. Schüsse! 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 Hau! Oh no, gar ein Mikrof! Hau mir mal auf die Fresse, da das Brille weg ist! Hau! Dankeschön! Giesta! Ich bin ein Bankangestellter mit einem Schrotflintengeschwür am Rücken, das wir leider nicht wegkoperiert bekommen. Das ist schwierig. Wird so gern ein Glücksbechi sein, das wäre super toll. Ein Glücksbechi sein, alles ein Glücksbechi tut. Ich werde kein Koch, kein Feuerwehrmann. Ich ergebe mich deinetwegen, nicht wegen der Bankräuber. Glücksbechi möchte ich sein. Genau, auch du hast heute die Möglichkeit eine Party umsonst zu bekommen. Schicke einfach Arschloch an die 110. Trotz Corona, viele Gäste. Inklusive Partybeläufung. Mamaste. Ja, genau. Willst du überhaupt essen? Naja. Also ich wäre auch dafür, dass sich einer von euch in dem Kofferraum des Fluchtfahrzeuges versteckt. Und da haben wir jetzt überrascht. Ja. Weil es einer von dem Kofferraum des Fluchtkriegs ist. So. Jetzt sieht mich keiner. Ernst, ich habe einen Monatschart. Heute ist ein Problem. Warte mit. Ich habe den hier und den Kollegen gemacht. Halt die Fresse mal rein. Wieder da? Ja. Du wirst bestimmt nicht sterben solange. Ja, er ist eingeschlafen. Im Stehen? Was? Nein, hier schlägt doch keiner. Im Stehen, habe ich gesagt. Eingeschlafen. Ja, hier schlägt doch keiner. Achso, ich habe verstanden. Hier schlägt keiner. Achso, nee, schlagen auch nicht. Nur im Privaten. Also da wäre ich zu wenig bezahlt, als dass ich das hier beruflich mache. Ausbruch, Ausbruch. Danke schön. Ausprobieren, nochmal Dankeschön, Herr Röttgen. Vichy, 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 Vichy. Vichy, 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 Vichy. Herr Röttgen von der Couch. Und warum heißen sie eigentlich wieder Bankangestellte? Kommst du mit? Warum sehen sie so genauso aus wie der Bankangestellte? Au! Ähm, Martin ist mit dem Entgesehen sich eben auf der Straße. Sehr gut, ja. Ich glaube nicht, dass das Sinn des Cricks war. Okay, danke, danke. Alles gut, wir haben uns klappt, wir haben uns klappt. Ja, wir haben uns klappt. Ja, Herr Oberarzt, der Kollege hat einen Schraub vor dem Katheter aufgerückt. Jetzt alle mal einstecken, die Fahrzeuge, jeder eins, bitte. Der hat trotzdem Katheter aufgerückt. Oh, wir sind noch ein großer Katheter. Jep, großer Katheter, ich. Ich will das. Ja, ja, wir können die Gine helfen. Du scheiß Assi. Du scheiß Assi. Du bist so röntgen, Köln. Kommst du mit? Warum eigentlich röntgen? Warum eigentlich röntgen? Der Name liegt also neben ihm. Ja, also ich fahre nehme, oder darf ich am Motorrad hin? Ich bin... Das ist das für ein Acker-Match da drüben. Schweige still, Lumpen. Welche ID hast du denn? Schweige auch still. Was? Was macht ihr da? Oh, nee. Ich hab's da, ich hab's da. Foto eigentlich. Aua. Es ist alle, der herantragt wieder. Mit der Anpassung, bin ich klein. Ich weiß nicht, alles wird normales. Ich hab nichts, das System mit der Anpassung. Danke. Den mit der Abstand halten. Okay, mit dem ich da abgeben. Drei, zwei, eins, go. Watt, wo muss ich hin? Hier lang, hier lang. Nochmal, nochmal, zurück, nochmal zurück, bitte. Herr Rösken, haben sie gerade einen Sultan geklaut? Die Metalligrafik-Stahl-Optik. Nein, nur den Fahrer erschossen. Ja, mein... Und, äh, die auf Moped sitzen, können ja auch probieren, so lange abzusteigen, bis hier einen schwarzen Helm abzulegen. Zufälle. Sehr synchron. Und, die ist noch mal. Ach, ich... Entschuldige. Ja, man... Wie kommt das Ganze hin? Ja, komm. Ja, die ist... Ja. Ja, die ist... Ja, der ist... Ja, der... ich bin weg weil du nichts drauf hast da kommt krankenwagen nach möglichkeit baukett er hat er hat ok weh muss ich hier vögeln damit ich ein Video krieg Kannst du mit U nicht aufstehen? Sehr schön, danke. Da, wo die Ampel kaputt war. Da sehe ich mal ganz. Och, wie nice, wunderschön. Ja. Fernseife, ne? Muckst du, Bulle? Muckst du? Scheiß Polizeistaat. Marisa! Oh Gott, danke. Also platzieren wir keinen noch unten, der dann überhandlos niedergeschossen und leidet. Schade. Ey, arbeite nicht hier. Das ist das, was die hier gesichert haben. Eine Akustikgitarre und ein Fahrrad. So, wir können schon mal weiter machen. Das ist der Wahnsinn. Kann jemand mal den Bullen rufen? Der wird verletzt. Politiker! Herr Rötzken! Helfen Sie doch jedem an! Es tut mir leid. Wir sind zu spät. Wir und wir da? Wir und wir da? Ja. Okay, ich denke auch da eigentlich. Och, so ein Stress. Ja, platzieren wir. Waffe weg. Herr Rötzken! Herr Rötzken! Was denn? Entschuldigung. Ich mach Nerven. Ach, du lieber Auge. Sie ist gut geparkt! Wirklich gut geparkt! Du, Schroppfotze! Ach, du Scheiße! Oh, Kacke! Wir haben eigentlich gerade kurz Ruhe jetzt. Weil es ja nicht Stromausfall noch sein muss, da hau ich euch gar nicht nur so in den Krankenhaus voll zu sprechen. So verstanden. Aus Potscha und aus. Zurück! Arm on the highway to hell. Das ist cool. Das ist cool. Das ist ein bisschen zu wörtlich. Und hier, wenn wir das nicht wirklich mal die Spürchen aufbauen. Wie jetzt? Au. Die Schreiber ist au. Hör mal auf die. Au! Wer weiß es jetzt, ist es eine Straftat. Die Dienstwahl jetzt. Au, da findet mir jemand über den Kopf. Cool Klangstäbe. Okay, warte, ich mach die aus, haben wir jetzt mal an schon mal? Wo ist Fahrräd? Sieh die Acker aus, lass die Kinder in Ruhe. Oh, jetzt steigt er auf der anderen Seite ab. Wahrscheinlich sind links schon zu viele Helme. Sehr möglich. Ich versuch nie mal umzufahren, ich versuch nie mal keine Garantie für nichts. Ich sollte nur gucken, dass die NPCs keine Scheiße bauen, ne? Wie ist der da? Ja, da ist mir nicht nur einer drin. Ich sag ja, die NPCs jetzt nur an, dass es auf der Autobahn ein bisschen voller auszutreift. Hallo, Sir, bitte lassen Sie das sein. Gehen Sie bitte, hallo, bitte gehen Sie. Das ist ein Geisterfahrer. Leute, da sitzt doch gar keiner. Das ist doch gar nicht, das ist doch 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 nicht. Geil. Iggy with fuck. Da ist er doch. What is happening? Problem gelöst. Kann den Meiner wegräumen. Oh, das müssen bestimmt vom Eisenbach passiert sein. Ja. Anunfall. Nö. Wie stellen wir denn jetzt da, dass die alle alles in den Tankwagen eingelagert werden? Ähm, kann die, ich hab das verlieben. Ja, genau, es trifft drauf. Ja, das ist ein Fahrzeug, aber es sieht dann auch nicht so aus. Ach, schön war das. Ja. Ja. Ja.